Silberhorn für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Urheberrechtsverletzungen haben im Internet massiv zugenommen. In der digitalen Welt ist es eben sehr leicht und es kann sehr schnell gehen, dass Rechtsverletzungen begangen werden. Und deswegen haben die Rechteinhaber zunächst einmal Wege und Mittel finden müssen, um gegen massenhafte Urheberrechtsverletzungen wirksam vorzugehen. Das Instrument der Abmahnung ist dabei ein probates Mittel, weil es eben ermöglicht, die Unterlassung von Urheberrechtsverletzungen durchzusetzen. Erst in den letzten Jahren ist diese zurechtkritisierte Abmahnindustrie entstanden. Ein Phänomen, dass Massenabmahnungen zu einem eigenen Geschäftsmodell werden, das gar nicht so sehr mit dem Schutz des Wettbewerbs oder der Urheber zu tun hat, sondern ganz unabhängig davon zur Gewinnerzielung dient. Selbst bei geringsten Rechtsverletzungen entstehen hohe Kosten und sogar mit missbräuchlichen Abmahnungen lässt sich Kasse machen. Ich rate allerdings dazu, Abmahnungen deswegen nicht pauschal zu verurteilen. Diesem Impuls sollten wir nicht nachgeben. Die Abmahnungen bleiben ein wichtiges Instrument, um Urheberrechtsverletzungen zu unterbinden, effektiv, zeitnah und im Übrigen auch kostengünstig für alle Beteiligten. Das war der Grund, weshalb wir bei der letzten Urheberrechtsnovelle 2008 in diesen § 87a Absatz 1 auszüglich hineingeschrieben haben, dass der in seinem Recht Verletzte abmahnen soll. Denn es liegt natürlich auch im Interesse des Rechtsverletzers, dass er zunächst einmal die Chance erhält, im Wege der Abmahnung eine außergerichtliche Beilegung herbeizuführen. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass Urheberrechtsverletzungen kein Kavaliersdelikt darstellen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wer also Filmdateien oder Musikdateien in Tauschbörsen illegal herunterlädt und mit anderen teilt, muss sich darüber im Klaren sein, dass er Unrecht begeht. Der Urheber ist ja darauf angewiesen, dass sein Werk auch im Internet Schutz erfährt, zumal in der digitalen Welt sein Werk eben binnen Sekunden illegal vervielfältigt werden kann. Und deswegen ist es nicht hinnehmbar, wenn Sie vorschlagen, die Kosten der Rechtsverfolgung auf vorsätzliche Rechtsverletzungen zu beschränken und auf Tätigkeiten, die gewerblicher Natur oder selbstständiger, beruflicher Natur sind. Denn damit würden die Urheber gegenüber Urheberrechtsverletzungen, die nicht vorsätzlich oder nicht gewerblich oder nicht beruflich erfolgen, völlig auf sich selbst gestellt sein. Sie könnten die Kosten ihrer Rechtsverfolgung nicht geltend machen. Sie würden geradezu massenhaften Rechtsverletzungen Tür und Tor öffnen. Und deswegen ist das ein völlig falsches Signal. Die Linke versucht sich mit ihrem Gesetzentwurf am Urheberrecht, aber das bleibt natürlich Flickschusterei, wenn nicht zumindest auch das Wettbewerbsrecht mit in den Blick genommen wird. Wir haben es auch im Wettbewerbsrecht mit Massenabmahnungen zu tun, die oft wegen Lappalien völlig überzogene Kosten verursachen. Die Bundesregierung hat das offenkundig erkannt und deswegen ihren Staatssekretär Hinze aus dem zuständigen Bundeswirtschaftsministerium in diese Debatte entsandt. Herzlich willkommen. Wir dürfen also die Missstände bei Abmahnungen nicht isoliert betrachten, sondern wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept, das neben dem Urheberrecht zumindest auch das Wettbewerbsrecht umfasst. Ich habe viel dafür übrig, die Abmahnkosten zu begrenzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir den fliegenden Gerichtsstand einschränken und wir sollten in der Tat über angemessene Streitwerte nachdenken. Was die Abmahnkosten angeht, Wir haben ja mit dem 87a Absatz 2 im Urheberrechtsgesetz bereits den Versuch unternommen, diese Abmahnkosten zu begrenzen. Aber die Deckelung auf 100 Euro in einfach gelagerten Fällen bei erstmaligen und unerheblichen Rechtsverletzungen hat praktisch kaum Bedeutung erlangt. Die Rechtsbegriffe sind schlichtweg zu unbestimmt, sodass diese Regelung weitgehend ins Leere läuft. Wir sollten also hier nachsteuern. Entweder schaffen wir es, die tatbestandlichen Voraussetzungen zu präzisieren, zum Beispiel auf bestimmte praktisch bedeutsame Fallgestaltungen zu konzentrieren oder wir sollten in der Tat darüber nachdenken, diese Regelung wieder zu streichen. Es spielt in dem Zusammenhang sicher eine Rolle, dass vor allem bei unberechtigten Abmahnungen und bei missbräuchlichen Abmahnungen die Kostenfolgen besonders virulent sind. Deswegen habe ich Verständnis für den Vorschlag, dem vermeintlichen Rechtsverletzer ebenfalls den Anspruch einzuräumen, dass ihm die Kosten seiner Rechtsverfolgung ersetzt werden. Das ist ein Gebot der Waffengleichheit und ganz sicher ein wirksamer Schutz vor unberechtigten und auch vor missbräuchlichen Abmahnungen. Ein Bruchteil der Fälle landet letztlich vor den Gerichten. Und dabei ist bemerkenswert, dass die rechte Inhaber ihre Ansprüche oft nicht mehr weiterverfolgen, wenn die abgemahnten Rechtsbeistand einholen und die geltend gemachten Unterlassungsansprüche und Abmahnkosten zurückweisen. Das ist ja wohl ein Indiz dafür, dass manche Abmahnung doch nicht berechtigt war. Wir haben aber diesen sogenannten fliegenden Gerichtsstand, der es den Klägern ermöglicht, den günstigsten Gerichtsstand für sie auszuwählen. Und wenn man daran denkt, dass das ein Gerichtsstand sein kann, der oft weit entfernt vom Verletzer liegt, dann kann das für den rechte Verletzer selbst bei unberechtigten und bei missbräuchlichen Abmahnungen dazu führen, dass er die Kosten seiner Vertretung scheut und am Ende die Vertretung seiner eigenen Interessen verhindert wird. Und deswegen sollten wir auch hier darüber nachdenken, den Gerichtsstand im Grundsatz auf den Wohnsitz oder den Geschäftssitz des Beklagten zu beschränken. Die hohen Kosten von Abmahnungen und Unterlassungsklagen liegen meist in Gegenstands- und Streitwerten begründet, die als überhöht empfunden werden und es ja wohl oft auch sind. Und dabei spielt eine Rolle, dass die Streitwerte selbst in Bagatellfällen sich auf über 5.000 Euro eingependelt haben, weil damit die Zuständigkeit der Landgerichte begründet werden kann. Dann kommt man natürlich schnell auf viele 100 Euro Abmahnkosten und auf viele 1.000 Euro, wenn Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren dazukommen. Dabei stehen diese hohen Streitwerte oft in keinem Verhältnis zur begangenen Rechtsverletzung. Wenn etwa Kinder unbedacht, aber eben illegal Lieder von Teenie-Bands aus dem Internet herunterladen, dann sehen sich die Familien oft mit exorbitanten Kosten konfrontiert. Und ähnlicher geht es vielen Unternehmen, wenn sie zum Beispiel die Impressumspflicht auf ihren Internetseiten missachten. Also Bagatellverstöße, die zu gewaltigen Kostenfolgen führen. Wir sollten also von der Möglichkeit, den Streitwert herabzusetzen, besser Gebrauch machen. In der Praxis findet das offenbar vielfach nicht statt. Vielleicht könnten wir diesen Weg erweitern. Und wir sollten darüber hinaus ins Auge fassen, das Gerichtskostengesetz zu ändern, um bei der Streitwertfestsetzung den wirtschaftlichen Belangen beider Seiten besser gerecht zu werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen den unlauteren Wettbewerb verhindern. Wir wollen die Urheberrechte schützen. Aber wir müssen auch die Auswüchse dieser Abmahnindustrie zurückschneiden, dort, wo sie auf Gewinnerzielung gerichtet ist und das eigentliche Interesse, nämlich den Wettbewerb zu schützen und den Urheber zu schützen, nicht mehr ersichtlich ist. Abmahnungen dürfen nicht länger ein eigenständiges Geschäftsmodell zur bloßen Gewinnerzielung sein. Das Bundesjustizministerium arbeitet an entsprechenden Gesetzesvorschlägen. Und auf dieser Grundlage werden wir zeitnah weiter beraten können. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr.